Guten Tag, mein Name ist Vicky von der ISS Art Factory im Schönen Endliburg. Wir fabrizieren einmal im Monat Dekorationsartikel für das ganze Schulhaus und tragen somit zu einer positiven Lernatmosphäre bei. Wir fabrizieren in Top-Qualität, in jeder Grösse und hängen sie auch gleich auf. Jetzt im Moment fabrizieren wir gerade sehr schöne Tannenbäume, die man nachher für Dekorationsartikeln brauchen kann. Hier werden die Bäume zuerst gefaltet, dann geschnitten und gleich sortiert. Komm, gerade. Komm, das gehört gerade. Nein, das ist schwierig. Nein, das ist schwierig. Nein, das ist schwierig. Nein, nein. Natürlich braucht das immer kreative Mitarbeit. Und hier, in das Haus würde ich dir gerne. Was denken Sie, für die ISS Art Factory? Der Mittwochnahme nicht verplanen, komm ich doch malen. Hey, Spass, es wird Hurenkass! Alle Mitarbeiter, die wir als 10 Stunden gearbeitet haben, bekommen am Ende des Jahres eine solche Sozialstunde aus Wies. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der ISS Art Factory. Wir kommen noch mal an und wir haben uns in dermoonальstelle auf den